Das war das 1 zu 0. Ja, 1 zu 0 für wen, Klaus? Für Stadionkicker.de oder für Elements Serie Factorworks oder für Shaper oder für wen denn? Na ja, egal, auf alle Fälle sind wir hier herunten in dem Stadionkickerraum und wir schauen uns heute an, wie man denn so etwas eigentlich bauen kann, so einen Kickertisch. Klaus, du bist ja auch ein leidenschaftlicher Fußballfan. Erzähl mal, wie ist es zu dieser Idee gekommen? Ja, ich habe schon immer gern Fußballkicker gespielt, schon seit Jugendzeit und es war eigentlich immer irgendwie ein Traum als Schreiner einen eigenen Fußballkicker zu bauen. Hat jetzt ein paar Jahre gedauert, war schwierig, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Man sieht ja auch diesen Kickertisch, ich habe mal gegoogelt, also man findet da ja eigentlich wirklich gar nichts, wo vergleichbar ist. Das erstens mal mit dieser Qualität, mit dieser Stadionatmosphäre, mit Bande, mit Hintertorbereich, mit Beleuchtung, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, richtig. Ich habe auch vorher bei Pinterest und die ganzen Social Media nachgegoogelt seit Jahren und sowas hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Die meisten Kicker sind halt so Standardkicker und ich wollte einfach etwas Besonderes bauen, so dass eine richtige Stadionatmosphäre heraufkommt. Als Fußballer ist das natürlich, man hat ja die Vorbilder in echt da. Und du hast ja dazu Factorworks verwendet und unser Modul Elements Serie und damit haben wir dann ja auch diese Übergabe realisiert. Das schauen wir uns dann auch in der Werkstatt herum an. Was mich jetzt noch interessieren würde, viele Dinge interessieren mich, aber wie lange hast du denn ungefähr so geplant für das Ganze? Wie lange muss man da rechnen? Ja, die Planungsphase war natürlich nicht intensiv, sondern immer so nebenbei. Immer wieder ist mir etwas eingefallen. Aber man kann grob sagen, ja, circa ein Jahr von wie die Form wird, was ich eigentlich will mit den eingesetzten Banden, mit den echten Alutoren, mit Netzbefestigung und der Halterung dazu. Verschiedene Features sind im Nachhinein dazugekommen. Wie viele Stunden würdest du jetzt sagen, wenn du einen Auftrag bekommst, wie viel muss man da rechnen? Für den Prototyp alleine mit Dings habe ich circa 200 Stunden benötigt. Aber das ist natürlich auch die Ausarbeitung und viele Sachen. Ja, das ist ja wie wenn man ein Meisterstück baut. Das ist einfach was Individuelles. Aber wenn du jetzt einen Auftrag bekommst und fünf Kickertische baust, dann kann man das schon ein bisschen runterbrechen. Ja, genau. Je nach Ausführung. Ich glaube, dass man so mit zwischen 120 und 150 Stunden irgendwie kommt. Also das ist echt mal verführerisch, so ein Teil als Fußballfan im Keller zu haben, oder wo auch immer. Weil sowas gibt es halt einfach auch nicht ein zweites Mal. Und es ist auch nicht so ohne weiteres gebaut. Und jetzt kommen ein bisschen die Details rein. Mir fällt da also ein, dieses Zählwerk, wenn man sich das mal genau anschaut. Da sind ja da Einfräsungen drin, die Zahl an sich. Also das ist ja wirklich absolut präzise. Da ist ja eigentlich kein Zehntel-Spiel. Also kriegt man das denn überhaupt hin, wenn man keine Shaper hat? Eigentlich schlecht. Es sind verschiedene Sachen. Von der Beschriftung her, von der Präzision, ist jetzt mit normalen Schreinermaschinen nicht so möglich. Da bräuchte man einfach eine CNC-Maschine. Eine CNC, die ich natürlich in meiner kleinen Werkstatt nicht habe. Aber mit der Shaper lässt sich das sehr, sehr gut realisieren. Mit relativ wenig Aufwand. Verständnis dazu. Aber selbst mit einer stationären CNC stelle ich es mir doch schon zäh vor. Weil du mit der ganzen Saugertechnik so kleine Teile, das ist ja eigentlich schon verfeinlich auch nicht. Ja, also fast nicht realisierbar. Weil da müssen wir aufwändige Vorrichtungen bauen. Die Teile können eingespannt. Und ja, das ist theoretisch schon möglich. Aber für das ist eigentlich die Shaper prädestiniert, kann man sagen. Genau. Wir haben ja da den Pokal da. Man sieht es da links rechts. Ja. Das ist ja auch, ich stelle mir das vor, das ist diese Eck-Ausfräsungen da. Aber erzähl mal was. Wie hast du denn das gemacht alles? Ja, das ist natürlich auch sehr, braucht man natürlich schon ein bisschen Hintergrundwissen und ja, wie schon gesagt, ein Verständnis dafür. Für das Ganze habe ich den Pokal rausgezeichnet, dann mit Vectorworks gezeichnet und dann umgesetzt mit dem CAM-Modul. Hier haben wir die SVB-Datei erstellt, die man für die Fräse braucht und dann lässt es sich wunderbar fräsen. Es ist ja so, dass man für Elements CRD, Vectorworks oder Elements CAM, das jeweils als kostenlose Shareware installieren kann zu Vectorworks. Also man braucht jetzt eigentlich nichts außer Vectorworks dazukaufen. Hat also die Möglichkeit, das auf unserer Seite EDV-CRD.de runterzuladen. Und dann, wenn das eingerichtet ist, kann man eigentlich loslegen. Ich kann mich auch erinnern, oder ich sehe jetzt da auch diese Frästechnik mit dem Material, also mit Acryl und so. Wie hast du das als Plexiglas? Ja, das sind verschiedene Materialien, mit denen ich natürlich vorher auch wenige Erfahrungen habe. Ich meine Schreiner hat man Holz, Holzteile, Spanplatten, MDF, keine Ahnung. Und Plexiglasbearbeitung erfordert natürlich ein Verständnis auch. Und ich habe mich da auch gut erkundigt bei Kollegen, wie das, oder Geschwindigkeit. Bei der Kunststoffbearbeitung. Genau, Kunststoffbearbeitung. Rechtsgeschwindigkeit, das kann man nicht einfach... Das geht nicht. Da muss man einfach fragen und ausprobieren und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja. Auch zum Beispiel die Aluminiumbearbeitung, dass man das so schafft. Die Netzbefestigung, da habe ich das Aluminium fräsen müssen. Und mit der Shaper war, ich sage mal, alles möglich. Das ist immer eine Frage vom Ausprobieren und Einstellen. Aber das ist ja dann ein Problem, wenn du den Fräser hast mit Metall, dass da nicht irgendwo der Fräser zumacht, wie man sagt. Genau, genau. Was hast du da gemacht, dass du das in den Griff bekommst? Ja, das war gar nicht leicht. Nach der zweiten Schlitzfräsung war das verschmiert. Ja. Und habe von einem Metall einen Tipp bekommen, einfach mit Spiritus den Fräser immer wieder einreiben. Ah, okay. Und dann löst sich das. Es hat nicht mehr gehaftet und schon habe ich weiterfräsen können. Aber es sind so Praxistipps, das muss dir jemand sagen und selbst drauf kommen. Aber du stehst sonst an, da kommst du nur weiter, gell? Nein, da stehst du nicht. Da schrubbt der Fräser, da hast du keine Chance mehr. Aber mit so einem Wahrheit-Tricks, dann kommst du nicht mehr weiter. Man sieht da ja auch ganz viel Detail, liebe, mit dem Netz allein schon. Es ist ja wie im Echt, gell? Es sieht schon sehr hochwertig aus. Also ist das genäht worden oder wie hast du das gemacht? Ja, das war gar nicht so einfach. Es gibt nicht viele Firmen, die so kleine Netze machen. Ich meine, die meisten sind die großen Netze. Aber eine Firma habe ich herausgefunden und die haben das Netz individuell auf meine Größe machen können. Also hat es super funktioniert. Großes Lob nochmal an die Netzfirma. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Details besprochen. Aber was mich natürlich auch interessiert, das ist ja generell immer ein Problem mit diesen Texten. Wir haben ja da ganz viele Beschriftungen. Das war schon eine Herausforderung, weil das sehr divisiell ist, sehr dünnes Material und dass das beim Fräsen nicht zusammenhaut, sage ich mal. Genau. Und das war eine Herausforderung. Habe ich aber mit der Shaper gut in den Griff bekommen. Wir haben jetzt ja dann im Texte, da haben wir eine Funktion abgebaut, dass man einfach Texte direkt in Pulvinien umwandelt und dass diese dann auch gleich die entsprechenden Farben bekommen. Weil man muss ja da bestimmte Farbspezifikationen einhalten. Genau. Und somit haben wir da eigentlich im Nu gleich die fertigen Dateien bekommen. Und genau das war eine Sache, aber was mir natürlich sofort auffällt, immer dieser Farbwechsel, diese LED-Beleuchtung. Wann ist denn die eigentlich vom Werdegang dazu gekommen? Die LED-Beleuchtung, die war eigentlich gleich von Anfang an geplant, ist ja gleich hinter dem Korpus. Weil der Korpusbau war, das ist ja das erste. Ist das schon eingefresst worden und da musste man sich auch Gedanken machen, wo ist der Anschluss? Wie geht das? Welche Leistung? Und ja, das musste natürlich auch in der Planung berücksichtigt werden. Ja, genau. Aber das macht enorm viel aus. Also das Ganze, wie ich reingekommen bin, das erste Mal gesehen habe, die LED-Beleuchtung war einfach voll der Eyecatcher sensationell. Aber wenn man jetzt mal das Ganze von der Seite anschaut, also auch dieses Tischgestell, das ist ja auch ein Riesenauf. An welches Material hast du denn da verwendet? Ja, damit es schreiner gefährlich ist und nicht hochwertig ist, habe ich das reine Massifolz gemacht. Ja. Und habe es aus einzelnen Teilen zusammengesetzt. Also nicht aus einem MDF-Plan, das wäre ja relativ einfach, aber vom Material her, damit es wirklich in Qualität ist. Ja. Und auch die Stabilität hat. Genau. Also die hat jetzt nur 62 Kilogramm. Ja, genau. Aha. Genau. Und das habe ich aus verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut und kann man sich auch vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Also Massifolz wegen der Richtung. Und das habe ich alles mit Schablonen, mit der Schäfer machen können. Das hat präzise gepasst. Also da ist aber einmalig. Cool. Jetzt schauen wir mal, ob er da nochmal eine einschenkt. Bei dir ist der Ball, oder? Ja, wie wird der Ball? Und dann schauen wir mal, wer da jetzt den Sieg, der sich einstreicht. Tor für Stadelficker.de. Auch das muss man anstoßen. Ja. Auf das Unentschiedene. Auf das Unentschiedene. Okay. Und jetzt setzen wir nochmal an und dann werden wir jetzt sofort mal das Ganze in der Tat umsetzen. Wir schauen jetzt in die Werkstatt und wollen einfach mal sehen, wie die Schäfer dann in der Praxis das Ganze umsetzt. Dann lass uns das mal machen. Okay. So, wir sind jetzt angekommen in der Werkstatt und schauen uns nun das Ganze in der Praxis an. Der Klaus ist schon startklar. Er hat hier seine Maschine aufgebaut. Und das ist übrigens ein Kaffee-Liebhaber. Das ist keine Espresso-Maschine. Das ist nämlich unser Juwel, unsere Shaper Origin, die wir ja so notwendig brauchen, damit wir das Ganze auch produzieren können. Hier habe ich mein Factorworks mit Elements-Zere hergerichtet. Und wir sehen hier auch schon den Pokal und hier die Zahlen 1 und 2 vom Zählwerk als Beispiel. Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich an die Schäfer übergeben. Dann ran an die Arbeit. Wir haben also hier den Pokal und wir wollen nun diesen Pokal eben an die Schäfer übergeben. In Factorworks haben wir hierzu den Pokal bereits gruppiert. Wählen nun im Menü Elements-CAD Import-Export den Befehl Export-CAM. Nun wähle ich Freitell exportieren, bestätige mit OK und gebe nun einen Dateinamen ein. Mit dem Dateinamen wird zeitgleich ein Ordner erstellt. Das heißt, zu jeder Datei wird ein gleichnamiger Ordner mit der jeweiligen SVG-Datei angelegt. Wir sehen also hier die SVG-Datei, die direkt erzeugt wurde. In Elements-CAM sehen wir ebenso eine Vorschau der Konturen. Hier wird die Kontur generell in Rot angezeigt. Dennoch wird beim Export natürlich die jeweilige Farbspezifikation eingehalten für Shaper. Ein weiteres Beispiel ist die Zahl 1 vom Zählwerk. Wir haben hier ebenfalls eine Gruppe in der Infopalette. Ich wähle wieder Export-CAM, gebe wieder einen Dateinamen ein, sage Freiteil exportieren und ebenso wie zuvor wird nun eben für diese Zahl ein eigener Ordner angelegt. Wir können uns das wiederum in Elements-CAM anschauen. Ich habe hier die Zahl 1 wiederum fertig konvertiert und im Windows Explorer sehen wir, dass nun eben auch für diese neue Textdatei ein Ordner angelegt wurde. Abschließend möchte ich die Dateien einfach noch umbenennen und habe nun das fertige Ergebnis. Bei Samsung-Einkommen können wir uns die Datei entweder von der S-Platte, dem Server oder auch vom USB-Stick reinkommen. Wir laden. Jetzt suchen wir den Pokal. Hier ist der Pokal. Die Größe ist definiert, jetzt muss ich die 90 Grad drehen. Dann drehen wir jetzt den Grad. Dann platziere wir die Pokal auf der Arbeitsfläche. Gut. Dann geht's jetzt in den Fräsmodus. Ich stelle mir die Fräser ein, die Tiefen ein, die Abstände ein und schon geht's los. Dann fräsen wir mal. So. So, hat wunderbar geklappt. Die erste Ausfassung ist hier raus. Dann haben wir das zweite Beispiel. Das zweite Beispiel war der 1er. Hier den 1er drauf. Fräsen und umspannen. So, nachdem ich jetzt meine Vorrichtung ungespannt habe, zeige ich jetzt das zweite Beispiel. Ich hole mir den 1er für das Zählwerk, platziere mir den 1er auf mein Original und kann schon in den Fräsenmodus gehen. Der 1er ist richtig platziert. Das zeigt mir alles an, anhand von der SVP-Datei, dass ich innen fräsen muss. Dann kann ich auch schon, wo die Fräser sind eingestellt, dann kann ich Gas geben. Gut, wunderbar. Ich habe jetzt den 1er die Kontur leicht nachgefräst, dass die Ecken kantig sind. Es ist wunderbar, mit dem Stiftfräser so zu lösen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schreiber Origin die ideale Ergänzung ist in der Schreinerei. Weil das ist eine Mini-CNC kann man sogar sagen. Und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, verschiedenste Sachen zu machen. Nicht nur in der Schreinerei, auch in Metallarbeitung, man hat gesehen. Oder Plexiglasbearbeitung. Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzungsmaschine. Ich mache zum Beispiel noch meine Tablet-Ständer, die Beschriftung in der Reihe und individuell noch Kundenwunsch. Gut. Man hat dann natürlich auch in Verbindung mit CAD, mit Factorworks den idealen Workflow, weil was bringt das, wenn man da irgendwo Kulturen fräsen kann, aber man bekommt sie nicht auf der Maschine. Und da haben wir eben mit Factorworks und Elements CAD-CAM die ideale Ergänzung entwickelt. Das heißt, man kann auf unserer Seite www.cad.de diese Add-ons kostenlos herunterladen. Man hat keine weiteren Kosten mehr. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass man die Kontur in CAD zeichnet, macht mit einem Blick den Export und es wird direkt im Hintergrund die SVD-Datei erzeugt. Und dann braucht man eigentlich nur noch per USB-Stick oder WLAN oder eben was auch immer, ein externes Laufwerk, das Ganze rüberspielen und dann kann man eigentlich mit einem Button sofort die Maschine starten und das Ganze extrem effizient fertigen. Ich hoffe, es hat euch alle Spaß gemacht, dieses Video anzuschauen und wir freuen uns alle auf einen Daumen hoch. Servus. 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 Vielen Dank.